Am 23. Februar 1980 macht sich die 18-jährige Yoko auf den Nachhauseweg von der Kochschule in Kanasawa in Japan. An der Bushaltestelle verabschiedet sie sich von einer Freundin und anschließend geht sie in einen Laden direkt an der Haltestelle, da sie noch Zeit hat, bis ihr Bus kommt. Als sie abends nicht nach Hause kommt, beginnen ihre Eltern, sich Sorgen zu machen, doch dann ruft Yoko plötzlich an. Sie sagt, dass sie spontan für eine Frau arbeiten würde, die ihr ein gutes Jobangebot gemacht hätte und dass sie auch bei ihr übernachten würde. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Am nächsten Tag meldet Yoko sich nicht mehr und ihre Eltern beginnen wieder sich Gedanken zu machen. Doch am Tag darauf, am 25. ruft sie erneut zu Hause an. Sie sagt, die Firma, für die sie tätig sei, würde Hokuriko Kikaku heißen. Sie hätte noch ein wenig zu tun und würde am Nachmittag nach Hause kommen. Während Yokos Eltern dann auf der Arbeit sind, erhält ihr Großvater, der zu Hause ist, den Anruf einer ihm unbekannten Frau, die sich nicht vorstellt und nach Yokos Eltern fragt. Da sie nicht da sind, beendet die Frau das Gespräch, ohne dem Großvater zu sagen, worum es geht. Und auch an diesem Tag kehrt Yoko nicht wie angekündigt nach Hause zurück und da es damals keine Handys gibt, haben ihre Eltern nicht die Möglichkeit zu versuchen, sie anzurufen. Als sie am nächsten Tag immer noch nicht nach Hause kommt, fahren sie dann bei der Firma vorbei, die Yoko am Telefon genannt hatte. Dort treffen sie auf die Inhaberin Tomoko Miyasaki, die vorgibt, Yoko nicht zu kennen. Daraufhin gehen die Eltern zur Polizei und erklären die Situation. Auch die Polizei fährt bei der Firma vorbei und auch ihnen erklärt Tomoko, dass sie Yoko nicht kennen würde. Weitere Maßnahmen ergreift die Polizei erstmal nicht. Am nächsten Tag, dem 27., als Yokos Eltern wieder auf der Arbeit sind, ruft die fremde Frau erneut an und wieder ist der Großvater am Telefon. Die Frau fordert ihn auf, Yokos Eltern um halb zwölf Uhr mittags des gleichen Tages in ein Restaurant in Toyama zu schicken. Sonst sagt sie nichts weiter am Telefon und nachdem der Großvater den Eltern Bescheid sagt, hat Yokos Vater ein extrem merkwürdiges Gefühl. Er vermutet, dass es sich um eine Entführung handeln könnte und geht wieder zur Polizei. Die Polizei beobachtet den ganzen Tag lang gemeinsam mit dem Vater das genannte Restaurant, doch dort tauchen weder Yoko auf noch eine Person, bei der es sich um die Frau handeln könnte, die ihren Großvater angerufen hat. Yoko meldet sich danach nicht mehr und bleibt verschwunden. Dann, weniger als zwei Wochen später, kommt die 20-jährige Bankangestellte Yumiko abends nicht nach Hause. Am nächsten Tag erreicht ihre Familie einen Anruf von einer fremden Frau, die von ihnen 30 Millionen Yen Lösegeld für Yumiko fordert, die sie zum Bahnhof in Nagano bringen sollen. Yumikos Eltern gehen zur Polizei, die ein Sonderermittlungsteam einrichtet. Sie observieren den Bahnhof. Plötzlich werden Yumikos Eltern im Bahnhof über die Lautsprecheranlage ausgerufen. Eine Frau hat im Büro des Bahnhofs angerufen und verlangt, sie zu sprechen. Die Eltern erklären ihr, dass sie nur 100.000 Yen dabei hätten. Die Frau reagiert ungehalten und schickt sie wieder nach Hause. Sie sollen dort auf weitere Anweisungen warten. Zwei Stunden später ruft sie dann bei ihnen zu Hause an. Sie fordert von ihnen, am Nachmittag mit 20 Millionen Yen in den Zug um 16.38 Uhr vom Bahnhof Nagano zum Bahnhof Takasaki zu steigen. Die Eltern besteigen den Zug, genauso wie einige Ermittler in Zivil und auch an beiden Bahnhöfen befindet sich die Polizei, doch von der mysteriösen Frau gibt es keine Spur. Inzwischen konnte die Polizei allerdings feststellen, dass es sich bei den Anrufen bei Yumikos Familie und bei Yumikos Familie um die gleiche Frau gehandelt hat. Dies ist der einzige Anhaltspunkt, den die Polizei bislang hat. Am Tag nach Yumikos Verschwinden dann wird die Leiche von Yoko von Fischern in einem Fluss gefunden. Nun befragt die Polizei erneut die Besitzerin der Firma Hokuriko Kikaku, die Yoko genannt hatte, also Tomoko Miyasaki und auch ihren Freund, den 31-jährigen Hiroshi Kitano. Sie streiten beide ab, Yoko zu kennen oder sie jemals gesehen zu haben. Doch Yokos Fingerabdrücke werden an der Glaseingangstür der Firma gefunden. Haare von ihr befinden sich in Tomokos Auto, einem roten Nissan Fairlady Z. In der Nähe des Restaurants in Yokos Fall und auch in der Nähe des Bahnhofs im Fall von Yumiko haben Zeugen eine Frau mit Sonnenbrille in einem solchen roten Nissan gesehen. Darüber hinaus melden sich auch noch Zeugen, die berichten, dass sie Tomoko gesehen haben und zwar am Abend des 25. Februar und zwar ganz in der Nähe des Flusses, wo Yokos Leiche gefunden wurde. Am 30. März legt Tomoko ein Geständnis ab und gibt zu, Yoko umgebracht zu haben. Darüber hinaus gesteht sie den Mord an Yumiko. Ihre Leiche wird zwei Tage später unter einer Klippe gefunden. Tomoko sagt, sie hätte die Taten gemeinsam mit ihrem Freund Hiroshi geplant, um schnell zu Geld zu kommen. Tomoko Miyasaki wurde 1946 in Tsukiyoka in der Präfektur Toyama geboren. Ihre Eltern betreiben einen Fahrradladen. Tomoko ist eine der besten Schülerinnen ihrer Klasse, doch ab ihrem Jugendalter fällt sie dadurch auf, dass sie immer wieder Lügen erzählt. Nach der Schule bricht sie ihr Studium ab und beginnt bei einer Versicherungsgesellschaft zu arbeiten. Nach einer Weile beschließt sie, nach Tokio zu gehen und arbeitet als Schönheitsberaterin für ein Kosmetikunternehmen. Sie heiratet einen Autoverkäufer und bekommt einen Sohn von ihm, doch im Jahr 1972 muss Tomoko wegen einer Zyste ins Krankenhaus. Während sie dort ist, wird sie von ihrem Mann betrogen. Sie verlässt ihn dafür und kehrt mit ihrem Sohn nach Toyama zu ihrer Mutter zurück. Kurz darauf muss sie sich einer weiteren Operation unterziehen. Da sie durch ihre Erkrankung monatelang nicht arbeiten kann, leben sie und ihr Sohn ausschließlich vom Unterhalt ihres Ex-Mannes und vom Gehalt ihrer Mutter. Tomokos Vater ist kurz zuvor gestorben. Ende 1977 beginnt die 31-Jährige deswegen, als Hostess zu arbeiten. Einer ihrer Kunden ist Hiroshi Kitano, der bereits verheiratet ist. Tomoko und Hiroshi beschließen, zusammen einen Laden zu eröffnen. Da Tomoko bereits seit einer Weile im Club tätig ist, konnte sie sich wieder etwas Geld zurücklegen und beide steuern den gleichen Anteil bei, um ihn in die Gründung des Geschäftes zu investieren. Doch es läuft nicht gut und bald haben die beiden finanzielle Schwierigkeiten. Sie nehmen mehrere Kredite auf und sind bald hochverschuldet. So kommen sie auf eine Idee. Tomoko meldet sich bei einer Partnervermittlung an und lernt darüber einen Mann kennen, mit dem sie mehrfach ausgeht. Als sie sich sicher ist, dass er Interesse an ihr hat, drängt sie ihn dazu, eine Lebensversicherung mit ihr als Begünstigter abzuschließen. Kurz darauf macht sie eine Wanderung mit ihm. Ihr Plan ist es, ihren neuen Freund von einer Klippe zu stürzen und die Summe aus der Lebensversicherung zu kassieren. Doch sie ergibt sich keine günstige Gelegenheit. Eine Weile später geht sie mit ihm an den Strand. Für diesen Abend hat sie geplant, ihn mit Chloroform zu betäuben und ihn im Meer zu ertränken. Doch wieder geht ihr Plan nicht auf. Sie und Hiroshi müssen sich also etwas anderes einfallen lassen und so kommen sie auf die Idee, eine junge Frau zu entführen und Lösegeld zu erpressen. Tomoko trifft am Abend des 23. Februars auf Yoko, als diese sich im Laden an der Bushaltestelle umsieht. Sie verwickelt sie in ein Gespräch und erzählt ihr, dass sie Mitarbeiterinnen für einen gut bezahlten Job suchen würde. Sie lädt sie dann zum Abendessen ein, um Details mit ihr zu besprechen. Yoko willigt spontan ein. Während des Essens findet Tomoko unter dem Vorwand, die Infos für den Job zu benötigen, bereits Yokos Adresse und Telefonnummer heraus und so weiß sie, wo sie für die Lösegeldforderung anrufen muss. Anschließend bringt sie Yoko ins Büro ihrer Firma und zeigt ihr alles. Sie sagt, dass sie sie am nächsten Tag nach Hause bringen könnte, sofern es ihr nichts ausmacht, im Büro zu schlafen. Yoko willigt ein. Doch am nächsten Tag macht Tomoko keine Anstalten, sie zurückzubringen, sondern beginnt im Büro Berechnungen durchzuführen und ist ziemlich gestresst. So traut Yoko sich nicht zu fragen, wann sie sie nach Hause bringt und stattdessen bekommt sie von Tomoko bereits einige Arbeiten zugeteilt. Am Abend entschuldigt Tomoko sich und fragt Yoko, ob sie eine weitere Nacht im Büro bleiben könnte. Yoko stimmt zu, vermutlich, dass sie den Job gerne hätte. Am nächsten Tag, dem 25. erscheint Tomoko und sagt ihr, dass sie sie am Nachmittag nach Hause fahren würde. Daraufhin macht Yoko den Anruf bei ihren Eltern, bei dem sie ihnen den Namen der Firma nennt und sagt, dass sie am Nachmittag zurückkommen würde. Kurz bevor sie um 16 Uhr in Tomokos roten Nissan aufbrechen, hat Tomoko bereits von einer Telefonzelle aus bei Yoko zu Hause angerufen und wollte die Lösegeldforderung stellen. Doch da Yoko's Großvater ans Telefon geht, versucht sie es direkt danach am Arbeitsplatz von Yoko's Mutter. Doch offenbar hat sie die Telefonnummer falsch verstanden und sie kann keine Verbindung herstellen. Sie beschließt, die Forderung einfach später zu stellen. Als sie losfahren, denkt Yoko, dass sie nun nach Hause gebracht wird. Doch während der Fahrt gibt Tomoko ihr ein Getränk, das sie zuvor mit Schlaftabletten versetzt hat. Nachdem Yoko eingeschlafen ist, fährt sie mit ihr an den Fluss, stranguliert sie und wirft sie anschließend ins Wasser. Ihre persönlichen Dinge, wie ihre Tasche und ihre Schuhe, wirft sie am nächsten Tag in einem Park weg. Zwischendurch kommen erst Yoko's Eltern und dann die Polizei bei ihrer Firma vorbei, die sie beide abwimmelt. Am nächsten Morgen, dem 27. beschließt sie, es erneut mit der Lösegeldforderung zu versuchen, doch sie erreicht wieder nur Yoko's Großvater, den sie dann ausrichten lässt, dass die Eltern in das Restaurant kommen sollen. Tomoko, die selbst das Restaurant beobachtet, sieht weder den Vater noch die Polizei, doch auch sie sehen sie nicht. Tomoko beschließt, das Ganze abzubrechen. Knapp zwei Wochen später macht sie sich erneut auf die Suche nach einem Opfer. Sie geht genau wie beim ersten Mal vor. Nachdem sie Yumiko an der Bushaltestelle in ein Gespräch verwickelt und ihr einen Job angeboten hat, steigt sie zu ihr in den Nissan. Sie fahren etwas essen und Tomoko bekommt alle relevanten Informationen, wie ihre Telefonnummer heraus. Dann machen sie sich wieder auf den Weg. Dieses Mal wartet Tomoko nicht so lange. Bereits im Auto bietet sie ihrem Opfer eine Dose Saft an, die sie zuvor mit Schlaftabletten versetzt hat. Als Yumiko eingeschlafen ist, fährt sie mit ihr in das Dorf Aoki, erwürgt sie noch in ihrem Auto und lässt ihre Leiche dann dort in den Bergen zurück. Am nächsten Tag ruft sie bei Yumikos Familie an und fordert sie auf, mit 30 Millionen Yen zum Bahnhof zu kommen. Um zu erfahren, ob sie im Bahnhof sind, ruft Tomoko dann im Bahnhofsgebäude an und lässt sie über den Lautsprecher ausrufen. Als sie erfährt, dass sie nur 100.000 Yen dabei haben, bricht sie die Sache ab und versucht später, die Lösegeldübergabe im Zug einzufädeln, die ja ebenfalls fehlschlägt. Am nächsten Tag steht erneut die Polizei bei ihr vor der Tür. Während Tomoko gesteht, versucht Hiroshi, jede Tatbeteiligung abzustreiten und sagt, er hätte nichts von Tomokos Machenschaften mitbekommen. Tomoko hingegen sagt, dass Hiroshi den Mord an Yoko ganz alleine ausgeführt hätte und sie den an Yumiko. Anhand ihrer Untersuchungen ist die Polizei jedoch sicher, dass Tomoko beide Morde begangen hat. Sie wird wegen Mordes, Hiroshi wegen Verschwörung zum Mord angeklagt. Tomoko Miyasaki wird für die Taten zum Tod verurteilt. Hiroshi Kitano hingegen wurde freigesprochen. Der Richter sagt, dass es keine sicheren Nachweise dafür gäbe, dass er und Tomoko die Taten wirklich abgesprochen und gemeinsam geplant hätten. Tomoko befindet sich immer noch in der Todeszelle im Gefängnis Nagoya. Was denkt ihr, hat Tomoko die Taten wirklich alleine geplant und ausgeführt? Oder hat ihr neuer Freund doch mehr damit zu tun? Lasst mir wie immer gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen. Dadurch wird das Video mehr Leuten vorgeschlagen, die es dann auch sehen können. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich!